Liebe Eishockey-Freunde, es ist Zeit für einen neuen Videoblog bei FAS Berlin und diesmal geht es um eine Neuverpflichtung bei den Akademikern. Einen neuen Goalie wird der Oberligamannschaft haben in der kommenden Saison und das ist dieser Mann hier, Steven Kugel, vormals beim Stadtrival in ECC Prüssen. Steve, erstmals schön, dass du bei uns bist. Du bist ein guter Torhüter, hast einen guten Ruf. Wieso hast du dich letzten Endes für FAS entschieden, weiterhin Oberliga Eishockey zu spielen? Dadurch, dass wir die Derbys spielen, habe ich fast die letzten drei Jahre ziemlich stark beobachtet und ich finde, FAS hat echt eine starke Entwicklung gemacht. Das alles, das Außenrum, ist sehr professionell geführt und das Training halt. Ich habe es damals im Erika-Herstadion beobachten können, das ist viel intensiver als bei uns. Letzte Saison hast du FAS Berlin vier Punkte gekostet während der Derbys. Als du zu der Mannschaft gekommen bist, gab es der eine oder andere. Du, pass mal auf, ähnliche Leistungen wollen wir von dich dieses Jahr sehen oder hat man die alten Spiele nochmal im Review passieren lassen? Ja, klar, da wurde ich ein bisschen geärgert und so, aber am meisten wurde ich wegen dem Ding mit Krüger angesprochen, wegen der Schlägerei. Da werden wir ein bisschen gehänselt, wir beide. Aber ich habe gesehen heute, ich meine, das ist alles schnell von gestern. Ihr habt einen sehr, sehr guten Verhältnis. Das ist Eishockey, alles gut. Ja, also Hitze des Gefechts. Du gehst als ein Spieler, der in den Kriegs extrem starke Leistungen abrufen kann. Und sind das die Stärken, die du selbst siehst? Oder gibt es vielleicht mal die eine oder andere Schwäche, an der du arbeiten möchtest diese Saison? Also ich fühle mich wohl, wenn ich rumrutschen kann. Es macht mir Spaß im Torraum. Und ich denke mal, meine Schwächen ist, dass ich wenig Geduld habe, dass ich immer alles sofort haben möchte. Und das ist, denke ich mal, meine Schwäche. Ja, wir hoffen, dass wir deine Schwäche nicht sehen dieses Jahr. Erstmals nochmal, Glückwunsch zu der Verpflichtung. Wir sind ganz froh, dass du bei uns bist. Und wir wünschen dir viel, viel Erfolg mit dieser Mannschaft in der kommenden Saison. Steven Kugo, ein neuer Goalie bei FAS Berlin. Sein allererstes Interview hast du auch gut gemacht, Steve. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.